zu und für sie entdeckt wo ist denn der Sinn woher sollen die denn wissen dass wir gerade in einer geheimen Besuch unterwegs sind und diese Typen verfolgen aber manchmal das Spiel so schnell hoch bevor ich sie aber das gleiche ist roter Bereich deswegen konnte ich da nicht einfach so durch schuldiger was der bierabte also weil und jetzt nicht sonst nennen das passiert wenn ich versuche schleichen zu meistern ich werde mich jetzt nicht aufregen ich werde versuchen weiterhin zu schleichen und diesen dieb zu sehen bevor irgendwas passiert so da sind die beiden ich versuche diesmal hier rüber so beiden finden sich da ich gucke auf die karte ich sehe momentan keinen dieb gut gesagt Bruder oder jedes ist kein sieb da ist er ich glaube nicht dass es der einzige ist den wir fangen müssen die karte die karte zu dem Schatz zu unserem Vermächtnis genau diese ich habe meine wo ist deine Rensen weiß doch dass wir diesen Schatz mit äußerster Vorsicht beschädigen müssen was auch die karte wird uns beschützen sehr schatz bö 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 wir mich entdecken wazum Ich muss mich immer verstecken, 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 verstecken Okay Das ist gerade aber so gut gegangen Der kommt demnächst schon Den Dieb habe ich... Oh, Mist Was willst du damit andeuten? Ich will nichts andeuten, ich frage dich lediglich Denken wir ging wirklich als Dame unseres Hauses vor Was zum, lasst mich in Ruhe Ja, haben wir es ja dieb ist bestimmt schon dieb ist da Wo ist er die, wo ist er die? Es gibt es echt nicht Wieso laufen die auch durch so ein beschissenes Gebiet durch? Moment, ich habe eine Idee Wir machen das jetzt mal anders Ähm Äh, Optionen Äh, ne Quatsch Ähm Beenden Erinnerungen verlassen So, ich werde jetzt erst dieses Gebiet auslöschen Bevor ich da durchgehe Ja, das scheint ja Irgendwie eine andere Mission noch zu sein Durch die es da durchgeht Genau, da ist er Wo ging die lang? Die gehen dann Nee, hier sind sie Ach man Ich hatte das mit der Karte Warum kann man nicht so wieder nehmen? Achso, hat man doch Ich bin da so blöde So, jetzt anledige ich die erst alle vorher Bin ich blöde? Bin da gerade hergerannt Nee, das ist das vor Hä? Oder ist das Gehör das echt mit zur Mission Das wäre ja Das ist ja scheiße Ich habe keine Schlafpfeile Keine Berserkerpfeile Ich habe gar nichts Brrrr Tja, da werde ich doch nochmal versuchen müssen Ja, okay, gut Frauen-Orient Blablabla Okay Ich muss überlegen, wie ich das mache Jetzt Ich bin wirklich Aus welchem Grund hielt er eure Männer Pistole Auch Ein Schlafpfeil habe ich Wir haben eine Schatzkarte Jeder eine Hälfte Kommt Ich treffe ihn Und ein Messer Unauffällig folgt Hört ihr es mit eigenen Ohren Folgt mir in einigem Abstand Als ihr gesehen werdet Dann sagt ihr werdet meine Leitbappe Es gibt die, die vor nichts Zurückschrecken Um eine Kartenhälfte zu bekommen Wie nutze ich das Messer? So, rein da Und da kommt er auch schon Die sehen echt ziemlich gleich aus Dank, Bruderherz Gute Tag, Bruder Oh, bitte Warum? Wie willst du mich sonst nennen? Fremder, vielleicht? Ich kenne dich ja kaum noch Und wenn die Gerüfte in der Stadt glaubwürdig sind Dann wünschst du dir, dass ich stelle Stimme Achten, komm Du wirst diesen Trasch noch kacken Glauben schenken Was so ist zu klein Die Einheimischen machen aus allem eine Komödie Und ich versuche eine Tragödie abzuwenden Gut gesagt, Bruder Nichts geht über die Familie Außer dem Geschäft Und Gott weiß, dass wir davon mehr als genug zwischen uns stehen haben Moment, ich bin Wege mich mal mit den Leuten hier Was zum Hä? Ich versuche es schon Aber das gibt es doch gar nicht Alter Da läuft man einem Mann in seinem Leben mit so einer Gruppe mit Weil man das eigentlich nie macht, ne Und Oh, ich hasse solche Missionen Mie, 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 mie Okay Okay, den ersten kriegt man ganz gut ausgeleuchtet. Ich muss irgendwie um das gesamte Gebiet rumschleichen. Jetzt müsste ich aber auch mal wissen, wie groß das Gebiet ist. Hm, klasse. Wird mir wieder mal alles angezeigt hier. So, wo ist er? Außer dem Geschäft und Gott weiß, was wir davon da kommen sollen. So, jetzt gucke ich ganz kurz. Das hekt mir das immer noch nicht an. Das wäre jetzt schon wieder, wäre jetzt schon wieder. Warum? Ich bin noch nicht mal im grünen Bereich, ich wollte mich verarschen. Die Karte zu dem Schatz, das zu unserem Planeten ist, genau diese. Ich habe keine. Wo ist dein Herz? Die Karte hat äußerst davor. So, mein, mir Fresser. Die Karte wird uns beschützen. Sein Schatz, unsere Freiheit. Umso mehr ein Grund, in dem Bogen zu lassen. Sicher. Wie, you have always much choice and over. Okay, ich, ich versuche immer noch, ich schuld. Kannst du dir den Nuxus nicht vorstellen, wer uns erwartet, wenn wir die Beute heben? Ich glaube wirklich nicht. Die Trappersbesitzungen und Plantagen. Kein Schmuggel mehr. Nicht mehr mit Schmugglern arbeiten. Keine Fuhren mehr. Kein Risiko. Die schmuggeln also beide, alles klar. Aber wenn? Ah, da ist wieder so ein Diebs, gibt's doch nicht. Er hat versucht, bei einmal außen rum zu rennen. Ja, ja, ich weiß schon. Entfernung vor Ringern. Uh, Moment. Nimm, 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 nimm. Okay. Die habe ich noch im Auge, die habe ich auch noch nicht. Jetzt entdecken mich die Typen irgendwie nicht mehr, aber ich nicht. Das ist manchmal, ist das echt. Sehr seltsam. Und was verschafft ihr so viele Einblicke in den Herzen? Ich bin nicht von ihrer Natur. Glaube ich ein paar Werte, dass sie die ist, wie sie zu sein behauptet ist. Du bist ein Wunder. Nein. Doch. Ich sorge mich nur um dein Wohlergehen, Bruder. Du musstest immer dein Lieblingssohn sein, der Goldjunge. Du erträgst dich, dass sie ihr Herz an mich verschenkt, während sie dich keines Blickes würdigt. Also hasst du sie. Es geht nicht um Hass. Nur um Bedenken. Eines sage ich dir. Ich werde sie heiraten. Ich töte dich, wenn es sein muss. Und bekomme deine Kartenhälfte. Und dann kann jeder sehen, welcher Bruder mehr Ehre besitzt. Schönen Tag noch. V-drücken, um das Ziel nicht außer Acht zu lassen. Die haben sich ja wirklich besonders die Bühne, dass ich wieder quatschen kann. Ich fühle mich so seltsam, wenn man so lange nicht quatscht. Und schön, dass ich endlich geschafft habe, nach dem vierten Anlauf oder so. Na gut, es geht ja gut los hier, die Runde mit uns. Na, was ist? Alles schön. Na komm, worgens. Worgens, 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 worgens. So, na komm. Wo will er hin? Er sieht mich gerade so nicht. Wo gehe ich jetzt denn, ist die bessere Frage. Schau, wie ist es in den Schrank? Das sind Templer. Oh. Ich hab mir Zeit. Mir Zeit? Keine Digitalität macht dich schwach. Ich such mal's genug, es zu beenden. Meine Blume. Es ist schon geschehen. Ich heuerte jemand an. In Kürze ist Aptons Leben beendet. Und die Karte gehört uns. Du heuest jemand an? In euren Schriften hat kein jemand angeheuert? Nein, kein war ein an. Komm auf das Feld, sagt er zu Abel. Dann tat er es selbst. Er brauchte keine Handlanger, der ihm die Axt führt. Er hatte nicht so viele Zeugen wie wir hier in Maksa. Vertrau mir, es geschieht jetzt. In diesem Moment? Nichts kann ihn mehr retten. Na, klasse. Drücken Sie V, um das aktiviert hier zu finden. V? Du musst hier hin? Hä? Da hinten? Ah, fuck. Hallo, würdest du mal... Oh, Alter, ich hasse dieses Dreissprung-Ding. Komm, 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 komm. 36 Minuten, 36 Minuten. 30. Wo ist der Typ? Alter, wo ist der? Arsch mich nicht, bitte. Wo, wo, wo? Da, da, da. Nein, 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 nein. Stopp. Ui. Edward? Schätze, ich habe euch gerade das Leben gerettet. Vance. Er sagte, er tötet mich. Ich hielt es für gerede. Er ist mein Bruder. Trotz allem, was ihr sagtet, hätte ich niemals gedacht, dass... Erstmal seid ihr sicher. Auf ein kleiner Ausflug aus Nassau heraus, teilt euch bestimmt gut. Mission beendet. Und selbstgerecht haben wir diese Mission beendet. Und wir setzen fort. Mir ist aufgefallen, die Nebenmissionen kann man gar nicht bewerten. Man kann nur die Hauptmissionen bewerten. So, das hat uns 500 R gebracht. Rrrr, 500 R real. Äh, dann ist es so weit. Hier muss irgendwo eine Kiste sein. Da. Sollte ich nicht besteigen, mein Guter. So. Wunderschön. Und dann holen wir uns gleich mal die nächste Mission, die da auf uns wartet. Gleich hier über uns, wie es aussieht. An der Taverne. Um die ich jetzt schlauerweise einmal rumgerannt bin. Abtends Sorgen. Guter Gott, Mann. Was ist mit euch passiert? Ich halte das einfach nicht mehr aus. Mein Bruder. Ein Verräter. Sein Weib. Templerin. Ich habe keine Familie. Keine eigene Frau. Wollt sie noch weiterleben. Lasst sie mich töten. Ihr wisst nicht, was ihr da sagt. Ich bringe euch in Sicherheit. Warum denn? Hört gut zu. Ich will den Schluss. Deshalb müsst ihr leben. Ich brauche euer Wissen. Deshalb müsst ihr ausreicht haben. Hier. Ihr seid der beste Freund. Kommt, ich töte euch. Ganz schön Hacke. Ganz schön Hacke, der Guter. Oh, geht's doch nicht. Jetzt hat er einen Streit ausgelöst, oder was? Oh, geht's doch nicht. Ich dachte, das war es hier. Ja, wohin? Was sagte ich? Ich stopf dir das Maul. Bitte ist nicht mein Mitternut. Alter, ich kann ja gar nicht so schnell genug zu viele Leute töten, wie der hier sich mit Leuten anlegt. Stopp, 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 stopp. Du, das ist ja wohl nicht. Ich kriege dir ja nichts, das ist kein Schaden. So. So, jetzt den Typen hier. So, jetzt den Typen hier. Das ist der Typen. Das ist der Typen. So, jetzt den Typen hier. 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 So, jetzt den Typen hier.